Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 ich habe ihn abgeballert oder nächste ich habe keine munition mehr man ist alle leser sind alle ich kann nicht mehr überhitzt sind sie überhitzt aber alle können die leser nicht gehen ist noch einer oder sind alle weg okay dann suchen wir jetzt den punkt war oder gebe ich mehr power auf antrieb so mal gucken oder so schön sind alle bei 100 prozent ich habe jetzt alles auf antrieb und wachen jetzt mal gesetzt ich guck mal wo der rote punkt ist hier ah ja wir fingen direkt auf zu dann laden wir mal den roten punkt ein dann habe ich mein drittes youtube video fertig also ist zur schelle jetzt an diesen brems vorher ab und dann ich dachte schon aus dem geschütz aus halt an oh hier ist der blackie hier ist tyson also ich kann demjenigen der aussteigt nicht garantieren dass er lebt bei mir steht es jetzt geht es ja vielleicht kannst du dem der zu dir einsteigt ich will das ehemals wieder rauskommt bei ihm steht es jünger na tyson noch fleißig am computer da oder was na jetzt ist ja alles gut wenn wir hier rumfliegen ach wir kämpfen noch oder was weil ich ein kleines schiff alles ist echt geil mit multicrew hier da muss man echt sagen ja wir wurden die ganze zeit angegriffen basti ne und ich habe dann einfach nur hier immer die power auf die schilde verteilt um die schilder aufrecht zu erhalten weißt du die kommandobildchen da also echt ach genau raus da glaube ich äh ungesehen so wir machen mal hinten die luke auf so sollte ich meine wache ziehen und ich mach sie zu wenn ihr draußen seid so ich bin draußen dann kann alles bitte aufmachen lass mal erstmal gucken wo ist denn die probe hier find evidence where is the probe die sorter ist noch die rote das rote dings sagen den trümmern meinst du ne ja da fliegen wir mal hin wofür du sollst 1 2 5 für jedes ok ja kannst halt wieder präzise einsammeln ist das denn für dich da für mich da und für tyson da oder wie ja ja ok ich bin zwar ein bisschen blöd aber soll ich rauskommen ja komm mal raus ich fliege so meine waffe ist geladen kann ich ja jetzt vielleicht mein schiff reparieren mit dem geld so wo ist denn sag mal ich fliege direkt rein endlich flüssig das spiel jetzt einfach nur use wie deiner steh ganz dicht davor hier gibt so ein bildschirm ja ich hab's ich hab 2500 schon bei dir schon gemacht hast du schon ach klar jetzt müssen wir zurück zum schiff die vanguard baden oh tyson kommt ich weich mal aus tyson ne ich hab keinen platz gemacht ja klar na guck mal blacky dein schiff dreht sich nicht mehr denn mein schiff aber wohl nicht mehr doch hier wo ich bin ach da ist es ja ne ich meine dein schiff dreht sich nicht mehr ja ne weil ich es angehalten habe es ja komplett angehalten ja und jetzt wollen wir noch die nächste probe geht jetzt weiter die quest ne ja aber wie gesagt dann muss ich das ding erstmal reparieren ja alles klar na ich steig trotzdem schon mal ein krieg ich damit nicht weiter naja kriegst ja die krise da ne aber an dem geschütz oben ich komm da jetzt echt gut klar also läuft ich drücke mal f ja schön dass die luke geschlossener toll 1000 jetzt sehe ich was hier ich bin wieder an bord wo ist die vanguard wagen hier nicht das ist die vanguard das ist die von gestern ja ja vielen dank fürs zuschauen das war unser auftrag mit der probe wir müssen jetzt erstmal das schiff reparieren ihr seht ja es ist leider ein wenig beschädigt und das lässt sich nicht mehr so gut steuern und ja und dann bis zur nächsten folge euer under waterframe tschüss